Oh, das ist doch der Newb! Let's try a rogue research station. Ja, das wird mal hier drüben anfangen, dann gehen wir von hier aus, dann... Ja, doch, das ist eine ziemliche Latscherei, aber okay, machen wir einfach mal. Warte, stimmt das überhaupt? Nee, eben nicht. Nee, ich möchte die, hallo? Ah, wird schon schiefgehen. Verrückte Letten, Frau Otto. Genau. Oh, dickes Ding. Oh, hier ist es. Ganz dickes Ding. Na gut, wir sind auch sehr, sehr nah hier. Ja. Ja, ich bin tot. Ich wollte auf den Viechern landen, aber stattdessen ist es genau neben ihm gelandet, das ist ganz furchtbar. Oh Gott, ich bin schon wieder tot. Ja, mentale Notiz, vielleicht hätten wir, sonst nur noch zu zweit sind, die Schwierigkeit wieder runtersetzen sollen. Ja. 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 Ja, ich hole einen Lockschlag runter. Ja. 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 Herr Kastchen würde ich meinen. Ja gut, wir ziehen das durch. Man muss ja auch mal eine Partie verlieren können. Überhaupt mal sehen, wie das überhaupt ist, ob man dann eine Ansprache bekommt, dass man zu schwach für die Demokratie ist oder... ich versuche noch nachzuladen dass mich hoch dass ich auch gut aber ich warte mal die star war zu blöd zum knöpfe drücken ich habe es immer gewusst das und die neue feinde ja aber ok das labor muss ja buchstäblich dieses gebäude hier sein ach so warte ja ja ich gehe mal vom gebäude weg wir müssen da nicht rein wir müssen es kaputt machen nehme ich jedenfalls mal an kein problem dass ich dich eine massive explosion lösen lite wartet borstmann stehen war noch gut okay dann halt nicht also mir fehlen ein paar stimmen die kleinen misst dies da Oh Gott, sieht nicht gut aus bei dir. Weil da einfach zu viele kamen. Hat auch geklappt, fühlst du den? Mein Hintern ist ein bisschen angesenkt, aber das muss ein Demokrat aushalten können. Hinten ist noch so ein Wieselding. Huch, warst du das? Ja. Okay. Ich würde mal vorschlagen, da es ja, je länger es dauert, immer schwieriger wird. Wir gehen zügig zur Mission. Okay. Und wir gehen nicht da lang, wo die ganzen Monster herkamen, weil da ist definitiv ein Bugnest und das kriegen wir nicht geschlossen. Nicht zu zweit, nicht in der Schwierigkeit, nicht auf unserer Stufe. Oh, ich will mal einmal... Boing. Oh, ich bin voll. Ja gut. Nicht zu weit nach rechts, da sind die bösen Buggys. Das ist unser Ziel. Ja, ich befürchte. Obwohl, nee, das kann ich, sonst ist zu nah. Ausgehend von der Minigkei. Obwohl, nö. Nö, nö, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Es sind überall Bugs. Aber wir sollten einmal ein bisschen einorbiteln oder sowas. Ja. Mach du die erste Runde und was übrig ist, krieg von mir die zweite. Was? ...Präger nach explosionen, ohne. W狙. Ja. Dann Automatisch. ...W狙. ...K interrupt es. W狙. 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 Warum schmeiße ich das Magazin weg, Idiot? Von hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ja, okay, das stimmt. Okay, Marder. Granade? Noch nicht Granade. Oh Gott! Ja, das ist genau das, was ich jetzt auch noch brauche, den Hinweis, dass ich die Karte verlasse. Ist doch alles gut? Ja, ja, alles gut. Da ist für uns eine kleine Karte. Okay, die Basis da unten ist nicht unser Ziel, die Funkstation hier oben wird es wohl eher sein. . Let'ss. Last reload. Calling in an orbital strike. Calling in orbital strike. Out of ammo! Out of the ammo! Some objective nearby. Out of the ammo! Another sample collected for democracy. Ah, yeah. And a sample. So, we have the start codes. Now we have to go to the Rakete. And the is here. Alright. We have to go to the ground. We have to go to the ground. Yes. We have a grenade. Very few. Now we have to go to the ground. Hmm. Warte mal. Ah, okay. No, we have to go to the ground. You can go to the west, we already know. Wait. Okay. That might be. I got you. Okay. Unbekannte Ort voraus? Supplies north west. Supplies brauchen wir eigentlich keine. Jetzt ist es egal, die Patrouille hat uns noch nicht bemerkt. Obwohl, jetzt ist eine kleine Patrouille, da ist Scheiß drauf. Backloch! Scheiße! Oh, warum ist der denn so? What the fuck? Alter! Mistvieh, aber wirklich. Oh, eine Medal, cool. Medaille ist gut. Medaille ist gut. Last Reload! Vorsicht hinter dir, Schrot. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Oh Gott! Oh Gott! Das war nur ein Bug, ja, das war in dem Spiel. Nee, ich meine, ein optischer Bug. Das sah so aus, als hätte das Vieh einen superlangen Irgendwatt. Ach so. Aber es war nur ein optischer Glitch. Naja, habe ich auch schon mal gesehen. Das sah aus, als ob einer der Bugs einen riesigen Baumstamm mit sich rumtragen würde. Ja, genau, genau so sah das aus, ja. Ah, mein Zeug liegt hier. Komm schon. Ja, kommst du keine Tricks oder denn her? New Max! Wo ist unser Ziel hin? Ist weg. Gut, markieren wir es halt neu. Äh. Packing map, north. Nein. Okay, Objective nearby. Friend. Marking location. Never mind. Bugs. North-West. Okay, startet den Planer. Naja, mach mal. New Max! Ich gebe die Code-Sequenz ein. Warum ist denn mein Magazin schon wieder leer? Vorsicht! Oh, okay. Ei, 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 ei. Must approve. Reinforcements have been launched. Point B to the enemy. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Aua! Party! Oh, what the fuck? Oh, da hab ich irgendwie gestunntet. Okay, und jetzt hat er mich nicht gehört. Der Brute Commander! Mit Spaß! Komm, lauf, 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 lauf! Lebe für mich! Nein! Warum ist denn hier alles leer? Ah! Er ist mir beinahe wieder genau in die Schusslinie gelaufen, Mensch. Ja, ich hab's gerade noch gemerkt. Ich spürt ja schon den Luftzug der Kugel an meiner rechten Seite. Ja, so ungefähr. Mach 50! Last reload! Was ist denn der Dinschens? Die Liberator. Ja! Ja, da warte ich mach scharf. Ich bin auf! Ich bin auf! nun bleibt jetzt haben einen amt noch verstärkung bekommen ja ich dachte ich habe vor allem als wir gelandet sind habe ich mal verstärkung rufen ja hast ja zeit gelassen so unten müsste alles getan sein auch auch ich bin ich komme ich komme ich bin ja was fehlt noch ja es tut sich was es tut sich was alles nachladen nicht vergessen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin I got Ja, die gehen in die Esel! Oh, Alter, manche auch. Oah! Für die! Es tut mir leid, ich hab keine Aufstechnung weg. Für die! Wir waren doch Freunde! Ja, aber ich hab so ein kommunistisches Leuchten in dein Auge gesehen. Du runde Sonn! Und da musste ich dann halt besser... Das ist unser vorletzter, übrigens. Ich dürfe nur noch zweimal sterben, dann... war's das. Oh, fuck. Hier ist mein Stalwart. Ach, die Deligence will ich gar nicht. Gab's das zum Extraction Point? Orbital Barrage incoming. Stand clear. Ich versuch's. Ich versuch, die mal hier nach links zu umlaufen. Jo, bin bei euch. Feinde von hinten. Tagging location. Cancel left. Tagging location. Nach hinten vorne, auf die Stelle. Was? Was? Ja, 144 Kugeln sind immer noch zu früh. Was für eine geile Lache, ey. Das muss ja dann von Z3 sein. Ist Z3 eigentlich zufällig Zocko? Hast du das gesehen in Nahenburg irgendwo? Ich glaube, unser Maid ist schon relativ nah beim Exception-Freunde. Okay, wartet da oben auf uns. Ne, das bin ich. Oh, lol. Er ist mit mir hier unten? Er ist mit mir unten. Mach doch sowas. Du kannst es immer so ein bisschen miterkennen. Also du hast halt, klar, als Zahl immer Spieler 1, 2, 3. Aber der Buchstabe ist immer der erste vom Namen. Deswegen bist du L wegen Lord Kafter. Ich bin R. Und er ist halt vielleicht Z, weil er Zocko ist. Weil Zocko kenne ich schon auf der Playstation ziemlich lange und hab mit ihm schon x Versionen von Battlefield gespielt. Ja? Kommt man hier irgendwie rauf? Komm schon, komm schon, spring da rauf. Spring da rauf, tu es. Nein, ich hänge fest. Nein! Okay, dann... ...wird, dass sie jetzt... Ah, ich bin mal freierkommen. Ah, ich bin mal freierkommen. Throwing Grenade! Oh, ouch. Oh Gott. Da kommen noch ganz viele aus der Richtung. Sagt euch nur ungern. Oh Gott. Radar ist frei. Ich sehe gerade keine Feinde. Neue Kontakte. Schiff kommt. Schiff kommt. Geht könnt. constitutional konjunge yeah Kinder mit dem A133 安全. Toll Khelagat hat Hier sind die Helden der Demokratie Das ist gar nicht mal schlecht Ich weiß zwar nicht, wann wir die gesammelt haben, aber okay Ich beklag mich nicht Alle, Zoridl Okay Zoridl kenne ich nicht Aber Zoridl hat eine sehr gute Präzision Aber er musste auch weniger in Panik um sich schießen, als wir beide Stimmt auch, ja Das Ah, neue Acquisition Wir fehlen hier für die nächste Seite Zwei muss ich noch Ne, ich möchte wirklich gerne dieses Hellpod Space Optimization haben Ich weiß nicht, was das macht Ach doch, ich kenne ja Item-Info Also der Hellpod Space Optimization sagt, dass man, wenn man den halt hat, kommt man als Helldiver aus dem Hellpod vollständig aufgeladen, was Munition, Granaten und Stims angeht Aber bekommt man das nicht eh Anscheinend vielleicht nur ein Teil, wenn du Revive wirst Ich hab tatsächlich nicht drauf geachtet, wie auch noch Ich weiß nicht Ich weiß nicht Okay Dann sparen wir da einfach mal weiter drauf Stolata Gems Oh, dann hol ich jetzt mal den Gatling Sandweaver Wenn du sagst, dann ja Ne, mein Freund Fadi hat gesagt, ich soll trainieren, wie der eingesetzt wird Also dann muss ich ihn ja erstmal holen, ne Tja Und falls Fadi jetzt in kurzer Folge sehr oft hintereinander stirbt, kann ich mal sagen, das ist alles Lehrgeld Ja, super Ich freu mich jetzt schon drauf Ja, das wird großartig Uh, ein Minensfeld Ich hol mir jetzt das normale Assault Rifle wieder Das Marksman Rifle ist zwar gut und schön, aber wenn wir nochmal so einen Panikeinsatz haben wie gerade Muss ich sagen Ja, deswegen bin ich auch wieder zurück zum normalen Oh So Mal ein bisschen Robotik zwischendurch Missbraucht, ja Whatever Auf Ubanea Versorgungsbasen sabotieren Oh, das doch mal Initiating FTL Jump 2 The Ubanea System 1 Oh, der ist schon rot Ja Ja War natürlich mitten im Gefahrengebiet, ne? Ja, oh Starwart auf jeden Fall Also ich habe jetzt keine Munitionstasche dabei Sag es ausdrücklich Nicht, dass irgendeiner schreit Und wie gesagt, die Ladezone ist heiß Ich wiederhole, die Ladezone ist heiß Nice Und das sind Roboter und keine Bugs Oh Gott, das ist eine Produktionsanlage Ja 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 Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass du da drin bist Ich bin ehrlich gesagt, ich bin da wirklich ein bisschen verrückt. Ist der Roboter da drin? Da ist der Starward, da ist mein Liberator, alles gut. Was ist das Minimap? Ein Sample. Und hier gibt es eine weitere Anlage da vorne. Ja, das ist auch unser Zielbereich. Wahrscheinlich ist das die Anlage, die wir sabotieren sollen. Ja, das stimmt. Reckoning Orbital. Orbital Barrage incoming. Stand clear. Hm. Destroy Fuel Zilos. Feinde von hinten, Patrouille. Sample. Firing orbital strike. Kannst du wie sie Minions erschießen, falls du das wusstest? Wie so drumrum... Oh my god! Hier ist ein Sample. Sample. Und noch ein Sample. Seht ihr irgendwo noch ein Fuel Tank? Also ich meine, hier sind natürlich diese großen Zylinder, aber ich habe einen hier vorne gerade eben... Warte. Nee. Nee. Das ist es nicht. Ist noch keins zerstört. Und es soll zwei geben, das können nur die beiden großen zylinderförmigen Dinger hier sein. Ja, vielleicht muss man die mit Marble Strike wegmachen oder so weiter. Ja, ich habe ja auf einen schon einen geworfen. So. Ich hätte auch gedacht, dass meiner in der Nähe war, aber... Warte. Ah, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Geht mal weg. Ich habe eine... eine Hellbomb gefunden, die ich sonst eigentlich nicht habe. Vielleicht ist die Sonderequipment für diese Mission gewesen. Okay, warte. Vielleicht muss man sie noch zünden. Bleibt ihr mal hinter. Geh mal ran. Geh mal runter. Ich mache das mal. Was soll hier schon schief gehen? Das ist alles demokratisch hier. Ich laufe jetzt mal ein bisschen demokratisch weg, weil ich habe demokratische braune Sachen in meiner Unterhose. Wo ist das in der Zündungsradius von dem? Ja, wer weiß. Okay, groß. Dämlich groß, ja. Okay. Aber trotzdem brauchen wir noch eine zweite. Na gut. Dann... Hellbomb. Einmal Hellbomb. Oh! Wow! Ich bin tot und ich habe zwei Sample-Sicker. Da hat mir die Rakete einfach direkt ins Gesicht geworben. Oh, da kommen ein paar ganz Dicke. Auch einer von diesen zweibeinigen, der nur von hinten oder am besten von hinten zu zerstören ist. Hab ihn. Jetzt machen die beiden Dicken da hinten. Da kommt noch einer von denen. Ich habe zwei Proben fallen lassen. Ich habe zwei Proben. Oh Gott. Töne bis zum ersten Mal. Ich habe zwei Agen. Oh. Ich habe zwei Proben. Sie haben ihn verm Одn. Sie haben sie abgekürt. Ich habe zwei Proben. Sie haben ihn aus. Sie haben ihn zehnmal Annäuert. Sie haben sie raussteigend. Sie haben sie nicht müert. Sie waren sie öfter. Sie haben sie ein Okay, oder? was ist mit der hellbomb die scheint das sind zwei samples gefunden so nächstes ziel patrullier nähert sich also ich sehe sie nicht aber ich höre sie müssten aus der richtung kommen muss ja nicht sein ja 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 hat er vier beine das ist ein 80 st bitte ja 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 wie gesagt der fahrer sitzt hinten drauf ja er hat eine fette metallplatte vor sich die ihn schützt genau was Oh, mein Arm schreit da rum. Er ist auf die Mine getreten. Ja. Ja, man kann auch Minenfelder werfen, also als Waffe bekommen. Das ist dann besonders peinlich, wenn man einen halben Trupp hochjagt damit. Oh, was? Gut, oh, von hinten kommen welche. Okay, ich komme zurück. Oh, shit. Requesting Orbital Strike. Orbital Strike incoming. Oh, shit, das hat die überhaupt nicht in den Griff. Oh, mein Jesus. Du bist da übrigens der Letzte. Unser Z3 läuft schon vor. Oh, shit. Ich komme dann nach. Okay, take your time. Ich habe zwar so eine kleine Legion am Arsch, aber... Und keine Spritzen mehr. Eine habe ich noch. Eine, 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 eine. Eine habe ich noch, eine, eine, eine. Eine habe ich noch. Eine, 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 eine. Hier wird ein ganz fetter Punkt angezeigt. Ah, ich sehe Oration. Oh, Mann. Out. Wadda. Ow. Fire in the hole. Ow. Hier ist mein Impact. Interessant. Tolling in Reinforcement. deine samples habe ich aufgenommen und ja hier drin wütet irgendwas riesig fettes das kam unerwartet das kam sehr unerwartet ich wollte eigentlich nur der mauer hochspringen um kurzen peak zu werfen ich bin über die mauer rüber geklettert jetzt bin ich drin also bitte keine orbelstreichs mehr hier reinwerfen hier drin ist die produktionsstätte ich brauch granaten damit die geschlossen werden können hat er hat einfach mich nicht nachgeladen ich bin schon wieder gestorben oh gott der ist ja ganz ein böse ich habe fünf samples fallen lassen und ich habe eine hellbomb gerufen aber die ist noch nicht scharf falls sie denn angekommen ist kann sein dass sie ich habe da läuft er in den nächsten rein oh mein Gott oh ok bei vielen jahren noch nicht Los, Zorpel! Versuch auf den Dingern zu landen. Von denen kommen die schneller runter. Oh Gott! Nicht deutsch, das könnte knapp werden. Das ist ein Reinforcet. Request approved. Deploying Reinforcements. Ei, ei, ei. Ja, Zoridl hat meine Samples, glaube ich. Ja! Da hab ich die alte Brecksau. Okay, wer immer drinnen ist, hat derjenige eine Hellbomb? Ich glaube, meine ist weg. Oh Scheiße, die kriegen die Verstärkung. Oh Scheiße, die kriegen die Verstärkung. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Vorsicht, die kommen jetzt wieder durch die... Hellbombe ist scharf! Hellbombe ist scharf! Evacuate! Evacuate! Out, 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 out! Oh mein Gott! Wow! Okay! Oh mein Gott! Ja, lauft erstmal, holt mich nicht zurück. Ich hatte keine Samples, das ist egal. Erstmal weg. Oh Scheiße, ey. Alter Falter! Alter Falter! Der muss doch rumzubringend sein, der Sack! Ja, und er hat sechs Samples gehabt. Demokrasie ist landet. Ähm, ähm, hier sind's. Ich hab's. Okay. Reinforcing! Reinforcing budget depleted. So. Das gleiche müssen wir jetzt noch einmal machen. Und dann zum Extraktionspunkt und dann die Extraktion überleben. Und... Der Bedrohungs-Blob vom letzten Missionspunkt ist viel größer als der von den beiden davor. Also ich weiß... Das klingt großartig, sehr spaßig. Zweifel einer Demokratie ist Hochverrat, klar. Okay. Brüder! Wir haben die heroische Gelegenheit, für die Demokratie zu sterben. Und da drüben ist eine... Ja, lass das. Ja, lass sie, lass sie, lass sie. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Vor uns ist ein Fragezeichen. Ja. Als ob wir hier irgendwas rausbringen würden. Wow, mit der Einstellung natürlich nicht. Das hat nichts mit meiner Einstellung zu tun. Ganz ehrlich. Wow. Okay. Natürlich sind jetzt alle anderen schuld. Genau. Jetzt bin ich natürlich auch entsprechend schuld. Das Ding da vorne müsste es sein. Ich glaube, das sind die zwei Blöcke, die hier außen stehen mit den roten Fenstern. Ähm, ne. Ne, das Ding da unten ist es nicht. Es ist hier oben. Oh, scheiße. Area secure. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Hellbombe ist aktiviert. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Free, Martina! Ah, hat nicht geklappt. Aber wird gewiss einige Leute hier zerstört haben. Ich bin doch gerade wieder bei dir, wo ist er denn? Ach, hinter mir. Jetzt war ich gerade... Besser. Nein. Oh mein... Okay, er wird... Au! Oh, 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 oh. Okay, du bist der Letzte. es gibt keine keine sonst was mehr die hellbombe liegt im ziel du schaffst das glaube an dich du wurdest durch die unglücklichen begleitumstände zum letzten überlebten gewählt demokratisch er hat keine chance wow holy shit das war ein bisschen viel auf einmal okay sinnlose opferung das war ein bisschen viel ja ja doch ja 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 sehr Sehr, sehr schade. Und aber für mich ist es ... Seit über zwölf Stunden bin ich online. Ich bin durch. Wie später war es denn überhaupt? Ja, 1.14 Uhr, dann bin ich auch raus. Gut, gut, gut. Aber schön war es gewesen. Ja, ich freue mich auf Wiederholungen, die Situation. Zu Riedl, falls du mich hören kannst. GG, guter Spiel, danke. GG, wir kenne ihn hier. Hab einen guten Tag. Tschüss, tschüss.